Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Tales of Cilia. Ich habe offscreen mal hier die Liliumkugel gemacht und so, weil das sonst zu viel Zeit verbraucht. Und wir suchen jetzt Gaius, aber zuerst Judes Wachstum. Und wie du panischst, wenn ich dich in einer von Oundin's Wachstum bin. Oh, ich habe nicht gehört, diese Geschichte. Well, komm, jemand würde sich aufhören, wenn sie plötzlich getroffen wurden von einem der Great Spirits. Er hat einen Punkt. Ich weiß, dass ich mich fasziniert hätte. Was? Also, ich bin ein Kind von Monster? Hey, es geht's. Meeting you taught me how to cope mit schwierigen Situationen. So, ich habe dich gegründet? Hm. Well, ich bin froh, dass ich mich aufhören kann. Jude sicher hat sich gut zu tun, wenn Mila mit Mila zu tun. If growing up has taught him anything, it's that. Wundergummi. Wundergummi. So. So, Strategie. Bevor ich das wieder vergesse und ihr mir meine Objekte einfach verbraucht. Nein. 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 So. Alles klar. Dann gehe ich mal hier weiter. Und da ist die Höhenstraße. Gut, dann laufe ich da einfach mal schnell hin. Und hoffentlich, hoffentlich haben wir es dann auch bald. Ich will jetzt Gaius unbedingt verprügeln. Zusammen mit Musi. Ihr wollt zur Rassur, äh, war, Roussel Höhenstraße? Dann geht er einfach immer weiter hier entlang. Ja. Da hätte ich auch ohne deinen Kommentar rausgefunden. Arsch. Alles klar. Dann gehe ich mal diesen wunderschönen Weg entlang. Boah. Geschafft. Das wäre fast schief gegangen. Welk in den Landschaften? Olympias scheint nicht mehr grün aus diesem Weg zu sein. Nein. Wahrscheinlich überall außerhalb der Stadt ist so. Wenn es so ist, ist es ein bisschen schlimmer, als ich es erinnere. Die Lacken von Spiriten muss den Zyklen der Natur verbraten. Für die Menschen Olympias ist das, was die Natur aussieht. So, eine kleine Höhle. Hoffentlich mit einer Truhe. Jo. Schmarrn, Kerl. Okay. Und da ist noch eine Höhle. Ich versuche mich mal durch all die Monster hier durchzuschleichen. Mal schauen, wie gut das funktioniert. Und Wundergummi. Noch ein schöner Sack. Und weiter geht's. Dann sind wir auch schon beim mittleren Bereich. Müssen hier nur noch durch. Wie immer halte ich schon ein bisschen Ausschau, was hier so rumliegt. Schwieriger Fragebogen. Let me make sure I have this straight. We use boosters to infuse spirit fossils with mana. And then a spyrite is born. Because unlike spyrix devices, spyrites can use arts without harming spirits. Did you actually take notes while Balin was talking? Yes. Yes. But there are still things I don't understand. If there are things you actually do understand, then you're way ahead of me. I bet Teepo'd say, Hey, you need to study, Leia. Ah, but after that, he'd probably say, I don't understand any of this either. Haha, probably. Hey, no Teepo impersonations. Ah, he hurt us. You're both being rude. Elise, do you understand spyright theory? Of course I do. So, a few Geisterklauen. Eine Höhle. Ups. Oh, and a gift. A gift. A gift hängt da. Schön. Mal schauen, was das sein könnte. Na, lege ich zurück. Na dann. Ein Halsband. Ein stachiges Halsband für den selbstbewussten und durchsetzungsfähigen Typ. Äh. Nein. Da fällt mir ernsthaft niemand ein, der sowas tragen sollte. Nein. Definitiv nicht. Alfreds Vermächtnis. Ist das ein anderer von Eifrids Arken? Was ist er auf Olympias? Es sind Worte, die auf dem Fall sehen. Mein Name ist Eifrids. Ich bin ein Explorer, der eine andere Welt sucht, wie Reza Maxia. Wenn ich es nachdenke, für ihn, ich werde die Trezungen, die ich in meinen Geist auf Olympias in meinen Geist auf Olympias und place sie in Arkes in meinem Haus als ein gift für die nächste Generation von adventurers. Huh. So Eifrid war ein Olympian. Er muss haben einen Weg zu crossen der Schism zu Reza Maxia. Und dann hat er niemals zurückgekommen zu Olympias. Huh. Ich habe nie gedacht, dass jemand anderes außer dir, wie du, 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 So, dann geht's hier weiter. Mal schauen. Dimensionsriss oder Tartalienkluft? Bei der Kluft gibt's bestimmt eine Teufelsbestie. Vielleicht. Weiß ich nicht. Aber ich will zum Dimensionsriss. Wow, dazu muss ich aber erstmal ein paar blöde Monster vorbei. Na, verdammt! Ich dachte, die Truhe würde uns schützen. Na gut, dann kommt halt Feuer! Für nix. Oh mein Gott, was war das denn? Ich wurde gerade verschluckt. Das ist ganz böse. So, dann komm mal her, du witzes Vieh. Dich mach ich fertig. Warum Odin? Mach Feuer! Hilfried brauchen wir. Und Endsturm. So, bam. Dann komm mal her, du. Komm mal her, du wirst jetzt vernichtet. Und tschüss. So, Truhe können wir in Ruhe jetzt aufmachen. Und da ist noch eine Höhle. Da geh ich mal brav hin. Zugvogelfeder. Schön. So, und jetzt durch all die Monster. Wow. Das schaffe ich schon. So, jetzt noch hier durch. Und dann kommen wir zum Dimensionsriss. So, Halleluja. Das ist ja. Wie geht's schon. So, jetzt geht's. Sie hat von dort auf den Boden geschlagen. Die Rift ist nicht klein. Meine Meinung ist, dass es sich um Verlust wird. Gehen zurück, wäre ein Geist. Ich bin raus! Es sieht zu gefährlich. Wir gehen zurück in die Stadt und versuchen eine andere Weise. Hey, alle. Wenn Sie auf zurückkommen zu Reza Maxia, Ja, und ich glaube, es ist Zeit, dass wir einen Weg verabschieden sind. Was? Was macht dich das so sagen? Ich weiß, dass wir ein erfolgreicher Spyrite-Tethering zusammengebracht haben, und wir haben ein paar gute Neues gefunden. Aber ich glaube, dass der einzige Weg zu stoppen, Gaius zu diesem Punkt ist, ihn zu kämpfen. Ich will nicht die Art, wie du fühlst, jetzt in der Lage bist, deine echte Gefühle. Ich glaube. Wenn wir nicht ehrlich sind, warum wir kämpfen, dann ist es kein Problem in der ersten Zeit. In anderen Worten, du willst uns unsere eigene Entscheidung machen? Es wird ein schwieriges Rennen vor. Ich glaube, es nur Sinn macht. Mind, ob ich noch mehr Zeit zu denken? At least, bis wir alle bereit sind, um zu gehen? Klar. Nicht, dass deine currenten Emotionen in den Weg kommen. Zeit gewinnen. Zeit gewinnen. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Ruhe dich in Bailins Haus aus. Oh, doch nicht wieder dahin zurückgehen. Ihr seid doch weicheier. Verdammt. Alles klar. Zurück nach Triglef. So, und ab ins Häuschen. Stimmt, das ganze Fossil ist abgefallen von Mila. Aber warum kann sie dann noch laufen? Merkwürdig. Spirits. 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 Das ist eine co-existence, hm? Muss... Maybe we Manilobelis Olympians are simply destined for extinction. I do suspect that was the destiny Maxwell originally had in mind. But I have no intention of adhering to Destiny's plans. I envy your strength. If you have time for envy, you have time to act. With your actions, this situation can change. Change the entire world, huh? That's not really my style, but... Maybe just this once. So, jetzt sind wir nochmal hier gelandet. Warum kann Mila noch laufen? Nicht, dass das schlimm ist, aber ihr Geisterfossil ist abgefallen. Merkwürdig. Oh ja, wir können den Waffenladen noch aufstufen. Sehr schön. Rüstungsladen vielleicht auch? Oh ja. Okay, dann schauen wir doch mal, ob wir irgendwas Tolles finden. Valkyren schwingen. Valkyren schwingen. Lichtfäuste, die zugleich mächtig und würdevoll sind. Dank ihres Spezialüberzugs erstrahlen sie im gesamten Farben-Spektrum. Nämlich... Auch die Sege ins Klinge. Es heißt, dieses Schwert segnet den, der es führt. In die Klinge sind verschlungene Lichtruhen eingraviert. Ansonsten ist der Rest bedient. Dann gucken wir nochmal bei den Rüstungen vorbei. Goldreifen, nein. Easy wäre es okay. Aber 10.000, ich warte da nochmal ein bisschen. Äh, das bringt nichts, das bringt nichts, das bringt nichts. Platinschutz. Mhm. Wechselkleid. Okay. Äh... Wer bekommt da einen Goldreif? So, aber das war's dann auch wieder. Ich hab hier immer noch Geld. Langsam bin ich anscheinend gut bedient hier. So, dann gehen wir mal zum Volkspark. Und speichern hier vorne. Mhm. Das dürfst du doch jetzt eigentlich tun. Noch einmal laden. Alles klar. Im nächsten Part sehen wir uns dann hoffentlich wieder. Bis dann.